Jeder erinnert sich noch an den trockenen Sommer 2022. Die Flüsse hatten wie schon öfters einen etwas niedrigeren Wasserstand als gewöhnlich. Es war der 26. August 2022. Ein Leserreporter denkt an nichts Böses und möchte einen Film über den Wasserstand der Wiese machen. Und schon geht der Streit los. Ein wutentbrannter Radfahrer mit blauem T-Shirt. So wie der Leserreporter hier steht, stand damals sein Kollege hier. Ein drei Meter breiter Gehweg. Auch Radfahrer sind gestattet. Nach diesem Vorfall fragt er sich, wo darf sich noch ein Fußgänger aufhalten? Kommen wir zum eigentlichen Fall. Ich wollte dich überholen und da kamen zwei Fahrräder in einem. Nein, du kannst doch runtergehen und nicht runtergehen. Ja, dann kannst du auch mal eine Sekunde machen, oder? Ey, wenn du das wirkst... Ey, ich darfst das ja... Ey, der hat ja auch gefuckt. Ey, der hat ja auch gefuckt. Der Stehenblatt auf der Straße. Da kann kein Mensch dich überholen. Ey, du kommst nicht zu scheren. Ich darf auch immer Dinge. Er steht, er stand auf der Straße. Ich wollte ihn überholen am Kampf. Der hat ja auch gefuckt. Er kann doch auch runtergehen und sich unten unterhalten. Er braucht doch nicht auf der Straße stehen zu bleiben. Er sagt es auch. Natürlich. Du stehst auf der Straße. Komm, ich zeig dir, wo du gestanden bist. Hey, sag mal das Fahrrad Ihnen. Du bist so gestanden. Nein. Du bist so gestanden. So bist du gestanden. Du bist so gestanden. Du hast überhaupt kein Recht, wenn du dich unterhalten bist. Dann kannst du runtergehen. Mach das Töl auf. Mach das Töl auf. Ja, mach das Töl auf. Das sind die richtigen Radfahrer. Du bist der richtige. Das sind die richtigen Radfahrer. Mach das Töl auf. Kopf von der Tori noch mal rein. Ja, dann rief sie doch. Komm, rief sie gerade. Du darfst gar nicht da stehen auf der Straße. Und du, was sagst du jetzt? Du darfst gar nicht da stehen. Fahrt zö, komm. Fahrt zö oder holt die Polizei. Dann schweißen wir wieder. Ja, dann holt sie doch. Na, holt sie doch. Du willst doch. Du willst doch. Holt sie doch. Na, du willst doch. Holt doch die Poli. Ich brauche doch keine Polizei. Aber du anscheinend, dann holt sie. Die Polizei. Hey, du darfst ein Arzt. Du behass. Ich darf ein Arzt. Du bist eine große Klappe und ein Bierbau. Was fahr' ich? Bierbau. Das sind die Guten. So nennt man die Radfahrer. Das ist ein Gehweg. Keine Straße. 3,30 Meter hat's. 3,30 Meter ist schon. Passiv. Das war's für heute. Übrigens, hier ist die Reihenfolge angegeben, von oben nach unten. Erst kommt der Fußgänger, dann die Radfahrer. Man darf auch mal stehen bleiben und sich unterhalten. Untertitelung des ZDF, 2020